Hallo meine Wolfis zu einer kleinen weiteren Runde in unserer Hardcore-Welt und wir laufen hier jetzt lang, laufen, laufen und was wollten wir da nochmal? Oh, Minimap. Wieso vergesse ich die wirklich jedes Mal? Hä? Läuft da ein Dorfbewohner? Oder ist das so ein Dorfbewohner-Zombie? Geh weg. Ach, das ist eine Hexe. Das ist eine Hexe. Die Börse-Börse-Hexe. So, graben wir uns jetzt weiter oder gehen wir zurück in die Schloch? Ich will dafür, wir graben noch ein bisschen weiter. Oh, Gold. Machen wir hier mal so ein bisschen weiter. Denn ich habe überlegt, wir gehen in diese Schlucht rein, wenn wir verzauberte Sachen haben. Dann jucken uns nämlich die Monster nicht mehr ganz so extrem. Und dafür brauchen wir halt ein paar Diaz. Und die Cameron Diaz. Und die Diaz. Bauen wir mit einem Goldklotz Erde ab. Kohle legen wir hier jede Menge frei, ne? Aber so ein paar Diaz, die wir brauchen könnten, die sind dann nicht dabei. Das sind hier nur noch 190, ne, 197, 96, 95 Meter. So, sobald das rechts neben uns ist, müssen wir uns rüber bauen. Ganz viel Eis. Das brauchen wir, wenn wir unsere Bahnschiene da hinbauen. Damit das schneller geht, die Verbindung zum Dorf. Neben uns ist gerade Lava. Hallo? Nächster Lava. Nächster Lava, Lava. Oder doch hier. Hallo? So, doch weiter direkt. Hallo? Lava? Ich will doch nur spielen. Weil in der Nähe von Lava, also Diaz und so, aber irgendwie nö. Ich habe die Befürchtung, dass wir gleich in einer Höhle landen. Was denkt der dazu? Zumindest ist jetzt schräg neben uns eine Höhle. Nein, die Spitzsacke reicht nicht mehr. Und die Fockeln auch nicht. Das sind 160 Meter. Laufen wir mal zurück. Und dann fangen wir mal, glaube ich, an mit den Schienen. Dann muss ich hier die ganze Strecke nämlich nicht immer zurücklaufen. Und ich will dazu, dafür, wir lassen hier neben den Gang noch laufen. Wo, dass man so hier mit der Lore auch auskommt. Raus. Aus. Die Mars. So. So, wir brauchen das. Das nicht. Das auch nicht. Haben wir hier noch irgendwo... Da ist noch Gold drin. Da ist nix drin. Dann fangen wir mal an, an unserem OP-Arfel zu arbeiten. Nicht wahr? So. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Was können wir hier sonst noch machen? Gerade im Moment. Irgendwie nicht so viel. Ähm. Braten wir das Eisen durch. Das kann hier mit rein. Und dann machen wir uns noch ein paar Schoppi-Zocken. Und fackeln. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Wo kommst du denn her? Hab ich mich erschrocken! So. Jetzt kommt er hier nicht mehr rein. Meine Fresse, hab ich mich gerade erschrocken. Ähm. So. Und fackeln würden wir noch machen. 16 Fackeln reichen mit Sicherheit nicht. Das packen wir da rein. Das packen wir da wieder rein. Und das. Und... Das kommt da hinten hin. Tup, 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 tup. Oh, wir haben ein Problem. Die Kiste ist zu klein. Schauen wir den. Schauen wir den Leben nach vorne rein. Den können wir nämlich noch für andere Sachen brauchen. Alter, wie bist du denn jetzt hier reingekommen? Ich hab da das doch... Hä? Ach, fuck. Da war noch ein bisschen was frei. Äh. Nehmen wir wieder unsere gute alte Erde. So. Jetzt kommt keiner mehr rein. Wie lange ist denn noch Nacht? Ich sehe von hier aus leider... Den Mond nicht. Schade. Äh, das kann... Ja, meine Maus. Was ist mit meiner Maus kaputt? Das kann wieder da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Und... Ja. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht direkt an den Schacht daneben runtergraben soll für die Schienen. Weil ich... Guck mal eben, wie baut man nochmal Schienen. Äh. Irgendwie... So. Nee. Wie baut man das? Hä? Ach, es ist Tag. Ich schaue mal bis zur nächsten Folge mal an, wie man Schienen baut. Und solange... Gehen wir jetzt mal eben... Outside... Ein bisschen, äh... Ein bisschen, äh... Aufräumen. Der brennt ja überhaupt nicht. Wieso löscht er sich dann? Es regnet, es regnet, es regnet die Erde, wird nass. Woher kommt denn jetzt dieses Geräusch? Komisch. Äh, so, 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 so. Dann haben wir hier noch ein paar Märchen. Und die Zeit ist abgelaufen. Äh. Und weil ich böse bin, mache ich jetzt einfach hier das mit dem Felddach zu Ende. Da. Oh, ha, 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 ha. Oh, das war doof. Das war... So. Äh. Da. Macht Bibis. Da vorne ist auch noch ein bisschen Getreide, waschfertig ich. Und ein paar Kartoffeln. Getreide, Getreide. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Nee, ihr habt schon. Ihr muss ich jetzt allen Ernstes hier in den Käfig rein, um euch das zu geben. Hallo, du. Und... Du. Du bist jetzt außerhalb. Das ist doof. Aber das Küken ist drin. Das heißt, du stirbst hier als die Boom. So, dann haben wir wieder was zu essen. Die Eier rauf, fahr ich mal da rein. Ach, kein Küken. Das ist aber doof. Und dann gehen wir wieder in unsere Hölle. In unsere Untergrundpasses. Ähm. Badum, bam, bam. Machen wir uns noch ein paar Pfeile. Töp, 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 töp. Oh, wir haben sogar zwei. Ähm. So. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Folge und graben uns in der nächsten Folge weiter und fangen an unser Schienenherz-Asterbark. Tschua. Bis zur nächsten Folge. Tschua. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.